Please hold for a very important message. Das war immer beides mal wieder durch bei mir. Da habe ich wieder Bock auf Drei Tage Bart, dann habe ich wieder Bock auf Schnubi. So ist es halt. Und jetzt fühle ich mich gerade sehr, sehr wohl mit Luigi. Was möchte ich euch heute erzählen? Also erstmal, ich freue mich gerade wirklich voll, wieder hier zu sein und für euch zu drehen. Ich habe gestern ja auch ein Video rausgehauen. Und zwar war ich am Set von Forst House Rampensau und habe da Cast-Teilnehmer getroffen und mit ihr ein paar Interviews geführt. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann schaut es euch gerne an. Ich danke euch da auch wirklich für die ganz, ganz vielen tollen, tollen und schönen Komplimente, was meine Moderationsfähigkeit angeht. Das geht natürlich sehr, sehr runter wie Butter. Und ansonsten, ja, was soll ich sagen? Mich haben heute zwei Menschen sehr eifersüchtig gemacht, weil sie auf Malle sind. Einmal die Pia Kabic, mit der ich Trashologie aufnehme und wo wir schon darüber reden. Jetzt, um Mitternacht, also am Donnerstag kommt die neue Folge raus. Wir beschäftigen uns in dieser Folge mit dem Thema Fuck Boys und beleuchten Yasin, Max, Willshrey und, habe ich Yasin gesagt, ne? Yasin, Max und Paco. Und da gucken wir halt, was die so gemeinsam haben, warum die so sind, wie die sind und warum man auf die reinfällt und wie man da rauskommt und was man eigentlich will, wenn man mit denen abhängt und bla bla bla, was man denn bekommen kann und so. Also hört da gerne rein. Ihr könnt euch schon vorstellen, Fuck Boy ist gleich auch Vermeider, vermeidend unterwegs. Und es ist eine sehr, sehr spannende Folge geworden. Hier ist einmal ein kleiner Einblick. Ne, es ist da, ne? Ich bin mir nie sicher. Da müsste es doch sein. Ja, genau. Da. Man erkennt, Fuck Boys halt auch, jetzt beim Dating zum Beispiel, wenn man jemanden kennenlernt, dass sie halt recht schnell ein Treffen haben wollen. Dass man dann auch beim Chatten das Gefühl hat, wenn ich jetzt nichts zusage, ist der Zug abgefahren. Genau, und dass sie aber auch mit vielen Leuten irgendwie parallel schreiben. Und wenn du dich dann mit der Person triffst und dann gehst du vielleicht erstmal auf ein Coffee-Date, dann ist schon auch all eyes on alle. Dass sie zum Beispiel, wenn du dann einen Kaffee trinkst, sodass dann schon mit der Barista geflirtet wird. All over the place, mit den Augen. Und so kurz angebunden auch. Sehr standardisierte Nachrichten. Genau, null in die Tiefe, teilen wenig Persönliches, fragen wenig Persönliches. Also, hey, wie war dein Tag? Stellst du Fragen, hey, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Wie geht's dir wirklich? Also, einfach so oberflächlich. Und für alle, die dann auf der Suche nach was fürs Herz sind. Ich habe mich selber auch oft in dieser Situation dann gefunden, dass ich dachte, ah, okay, wenn er keine Fragen stellt, bin ich wohl nicht interessant genug. Und das habe ich mit meiner Psychologin ausgearbeitet. Das ist nicht so. Sondern er gibt dir in dem Moment ja das Gefühl, dass du nicht interessant bist. Aber das hat damit nichts zu tun, sondern er ist einfach wegen sich desinteressiert an dir. Ich habe gar nichts mit dir zu tun. Genau. Ich ziehe das nicht auf dich. Hört gerne rein, überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin super gespannt auf eure Meinung. Und dann gibt es noch eine Sache, die ich heute loswerden möchte. Und zwar erinnert ihr euch doch noch, dass ich in Sri Lanka war. Und dass mir dort die Hunde auf der Straße doch sehr das Herz gebrochen haben. Und ich dort dann unterwegs war mit Hundefutter, Hundeleckerli. Und das hat mich so latent dann befriedigt, weil ich so dachte, hey, ich kann hier was tun. Ich möchte euch und mich einfach nochmal daran erinnern, wie wichtig es ist, dass wir helfen. Weil jetzt ist ja auch so der Monat der Liebe. Dezember, unsere Herzen gehen auf. Wir beschenken unsere Liebsten mit Geschenken. Und jedem, dem es mehr oder minder gut geht und der vielleicht den einen oder anderen Euro übrig hat, den würde ich hiermit nochmal reminden und liebevoll darum bitten, vielleicht etwas an die Dogcare-Klinik zu spenden. Wir haben hier sogar persönliche Grüße für die Schnuffelhasen. Tada! Hallo, liebe Schnuffelhasen! Hier sind wir in der Dogcare und ich bin Carla und ich bin schon ein paar Jahre lange hier. Und wir würden euch heute mal zeigen, wo eure Spende hingehen und was wir mit eurer Spende machen. Jeder Hund bekommt seinen Napf und ein Napf ist ein Euro. Also für 5 Euro macht ihr 5 Hunde satt. Und so füttere wir unsere Hunde. Wir kümmern uns außer unsere Geländer. Auf die Straße 350 Tage am Jahr über ungefähr 1000 Straßenhunde und Katze, die jeden Tag von uns gefüttert werden. Mit Reis, Gemüse, Hühnerhalse, Leber, Wurst, Suppe, Focke-Futter und jeder Napf ist ein Euro. Wir sind in unserem Behindertenbereich. Hier wohnen in total 27 querschnittgelähmte Hunde, die auf der Straße überhaupt keine Chance haben zum Überleben. und die werden rund um die Uhr betreut. Ein Hund ist doch 25 Euro Behandlungskosten. Es ist halt viel Arbeit. Wir brauchen wirklich alle Liebe der Welt. Jeder, aber diese ist spezial, weil die Hunde wirklich auf der Straße nicht überleben können. Wir sind hier oben in die Ambulantklinik, in die neue Klinik. Und Doktor ist am Kastrieren. Wir kastrieren so ungefähr 30 bis 40 Hunde und Katzen am Tag. Wir sind eigentlich gefokust auf die Straßenhunde, aber da kommen immer und immer mehr Besitzer mit ihren Hunden und Katzen. Die meisten davon sind Bettelarm, also die werden alle umsonst behandelt. Eine Kastration für eine Röde ist so rund um 30 Euro und eine Hundin rund um 40 Euro. Eine Impfung ist 5 Euro. Wir behandeln so am Tag so zwischen 100 und 200 Tiere. Davon bleibt ein großer Teil stationär in der Klinik, bis die Behandlung am Ende ist und der Hund wieder zurück zum Besitzer oder zurück auf die Straße geht. Wir möchten uns herzlich bedanken bei allen Schnuffelhasen und bei Sani Schnuffelhase Papa für eure Unterstützung und eure Spende. Und möchten Sie mehr über unsere Arbeit erfahren möchten, dann besuchen wir unsere Homepage und da sind auch noch viele Hunde, die dringend eine Party. Liebe, nette Party suche. Vielen, vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Oh mein Gott. Also ich habe es mir gerade auch noch mal angeguckt und mir bricht es halt immer das Herz. Aber die machen halt was und ihr könnt jetzt einmal genau sehen, wo euer Geld hingeht. Ja, wenn ich mir einfach so überlege, was ich hier meinen Hunden so bieten kann, mit Physio und Tierarzt und hast du nicht gesehen und beheizte Wohnungen und I don't know. Also sensitives Futter und so. Und da geht es halt wirklich wirklich ums pure Überleben. Und ein Napf ist ein Euro. Also schaut gerne, was ihr überhabt, was ihr übrig habt, was ihr gerne spenden wollt, um es den süßen Hunden zugute kommen zu lassen. Dankeschön. So, und dann würde ich jetzt auch noch gerne Tabletion 1 in VIP kommentieren. Jetzt bin ich gerade in einer ganz anderen Emotion. Du kannst die Episoden in voller Länge gucken auf RTL Plus. Dafür brauchst du ein RTL Plus Premium Abo. Alles, was du brauchst, um dieses vergünstigt zu bekommen, findest du unten in der Infobox. Und nun würde ich sagen, let's go. Da geht mein Arsch aufgrund. Da ist ein bisschen so gut gesagt. Und ich denke mir so, warum bringst du mich in so eine ekelhafte Situation? Immer passiv, ne? Du selber kannst gar nichts dafür. Es ist alles Jana Marias Werk. Und dann kommst du mir mit ein. Auf 31 willst du Kinder, willst du Hochzeiten, willst du Ring haben? Komm mal erst mal aus deiner Puppetät raus. Ja, komm erst mal aus deiner Puppetät raus. Guck dir mich an. Ich bin so viel reifer als du. Weißt du, wie ich meine? Komm mal raus aus deiner Puppetät. Okay? Also zwei, zwei große Gewichte, wo mich sehr verletzen. Ist das ernsthaft gemeinter Satzbar, ne? Zwei Gewichte, wo mich ernsthaft verletzen, sind welchen denn? Dass du dann auch noch mal schlecht wegkommst und in so ein ekliges Bild gesteckt wirst, das will ich nicht und das nervt mich. So, hier wird es wieder ein bisschen Augen öffnen für mich. Jetzt mal bei allem Spaß und so beiseite und so. Ich mache ja viele Scherze und so weiter. Aber ihr wisst ja, ich habe das, glaube ich, schon zu Genüge erzählt. Ich habe mich da selber vor, wann war das jetzt, neun Monaten getrennt, ne? Und ich frage mich ja manchmal, okay, das frage ich auch meine Psychologin manchmal, warum, warum hat er denn nicht das Bedürfnis, meinen Ex zu reflektieren und warum sieht er gewisse Dinge nicht ein? Warum lässt er das einfach so alles passieren und zieht einfach weiter, statt die Chance zu sehen und zu wachsen? Und ich finde, man sieht das sehr, sehr gut an Lorik, weil Lorik ist ja in dieser Beziehung ganz klar der Vermeider. Der checkt es gar nicht. Und ich finde auch, er macht es sich sehr, sehr einfach mit einigen Aussagen. Und ich weiß auch, dass mein Ex gewisse Dinge so mit seinen Freunden thematisiert, weil ich ja einigen von denen schon auf der Straße begegnet bin und die mir ja ein bisschen von seinen Wortlauten so mitgeteilt haben. Und das ist voll spannend, wie er das sieht. Also er hat recht und sie hat auch recht. Ich finde es halt einfach nur spannend, weil ich ticke halt so wie Denise, aber wie der Lorik damit umgeht, ist also filmreif für mich. Falls du nicht so sein kannst, wie du sein möchtest, dann bin ich der Falsche. Genau. Und er denkt auch, er kann nichts daran ändern an seiner Art und Weise, um quasi ihr auf der Mitte des Weges entgegenzukommen. Er kann nichts machen. Also entweder es passt so, wie es ist, oder aber es passt nicht und dann ist es halt vorbei. Genau so und nicht anders wurde mit mir umgegangen. Beispiel. Ich sage, es tut mir weh, dass du deine Freunde reitest und sie dabei hier küsst. Schwule Männer, wo es auch sexuell kompatibel sein könnte und wo auch mal Gefühle waren, sagt er, ich bin so wie ich bin, wenn es nicht passt, dann passen wir halt nicht. Das ist voll schade, dann müssen wir halt Schluss machen. Ist das Beziehung? Ich hoffe, ich würde zu jedem meiner Freunde sagen, wenn irgendwas ihm an meiner Art und Weise nicht passen würde, ja, aber gut, dann passen wir nicht zusammen. Dann wären wir am Ende des Tages ziemlich einsam. Ich glaube, das Problem liegt wirklich bei ihr. Ja, klar. Einmal schön alles rüberschieben, so. Einmal alles bitte zu Denise rüber. Denise, alles deine Schuld. Meine Schuld? Nein. Das macht mich halt traurig, weil es ist nichts, wo ich eingreifen kann, um irgendwie die Beziehung zu retten. Nein. Du kannst nichts machen. Also ihm sind einfach so die Hände gebunden. Er kann nichts tun. Er könnte nicht kompromissbereiter werden oder an seinen Distanzierungsstrategien arbeiten. Nein. Da ist überhaupt nichts, was dieser junge Mann tun kann. Oh mein Gott. Hallo. Würde ich mir wünschen, dass ich einfach so akzeptiert werde, wie ich bin. Ja, das ist ja eigentlich ein sehr bescheidener Wunsch, so in der Art. Ja, also es ist halt schwierig. Es ist wirklich schwierig. Ich will gerne mal eine Beziehung zwischen einem Vermeider und einer ängstlich klammernden Person sehen, wo keiner von beiden Psychologe ist, wo das dann klappt. Das würde ich gerne mal sehen. Wie die sich dann so aufmerksam darauf machen. hey, das ist jetzt gerade Distanzierung. Hey, das ist jetzt gerade klammernd und so. So, das würde mich voll interessieren. Ist halt schon doof, ne? Wenn man sich verstellen muss für seinen Partner. Ja, nach so zwei Jahren, ja, ist schon ganz schön blöd, wenn ich mich die ganze Zeit verstelle irgendwie, ne? Ist jetzt auch ermüdend langsam, ne? Ich habe Angst, wenn ich ihn sehe, dass ich dann so voll bin, so, und dann so wieder verfalle. Und wenn ich mir die Bilder angucke, bin ich nicht so überrascht, wenn ich ihn treffe. Das ist Rolex. Ach, okay, sie guckt sich gerade Bilder an. Von ihrem Hund, den vermisst sie nämlich, im Gegensatz zu Lorik. Das ist aber wirklich schwierig dann, ne? Also ich meine, das waren jetzt ja auch nur zwei Wochen, die sie da verbracht hat. und da stabil zu bleiben, ne? Last ist. Also, im Grunde genommen, wenn ich ihre Freundin wäre oder ihr Freund, würde ich sagen, ja doch, führ gerne ein Gespräch mit ihm, versuch ihm alles zu erläutern, so, dass du dich verstellt hast und so weiter und so fort, aus folgenden Gründen, dass dein Bindungssystem aktiviert war, aus folgenden und folgenden Gründen und wenn er dann aber weiterhin so mit dir redet, so von wegen, hä? Was ist, was stimmt denn nicht mit dir? Also, dann passe ich halt nicht zu dir und so. Dann würde ich sagen, Blocking statt Schocking, weil dann ist da nichts zu holen. Weil dann besteht die Gefahr, dass man sich halt belabern lässt und Verlustangst kickt und man dann einfach bleibt, obwohl man ja die letzten zwei Jahre ja auch schon ziemlich unzufrieden war. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass Denise sich wieder zurückentwickeln wird, sobald sie hier raus ist. Ja, das ist voll schön. Sie könnte eigentlich danach auch als Paartherapeutin mit mir anfangen, ne? Da muss schon wirklich was Gravierendes passieren, damit sie den Absprung von ihm schafft. Das sehen die alle, ne? Das ist, man nimmt sich so viel vor, ne? Und es ist so, ja, es ist vorbei. Okay, ich kenne meinen Wert jetzt. Jetzt kenne ich meinen Wert und dann wieder nicht. Ich frage mich halt so, gibt es da noch irgendeine Möglichkeit, dass man das irgendwie hinkriegen kann oder so? Gäbe es, aber dafür müssten halt wirklich beide bereit sein, ihre Muster zu erkennen und daran zu arbeiten. Ich würde halt auch sagen, direkt mit richtiger Paartherapie. die, also jetzt nicht nur von so einer Natur, sorry, oh Mann, nee, ich will gegen niemanden schießen. Ja, aber es gibt ja verschiedene Arten, ne? Coaches, Naturheilkundegesetz und so weiter und dann gibt es eben auch die, die von der Krankenkasse gezahlt werden. Also ich meine, im Endeffekt, das war ein Sitz gegen Alex, ich nehme ihn zurück, weil bei dem ist irgendwie Naturheilkunde. Aber, wurde mir von euch zugetragen. Nein, ist okay. Das Ding ist ja auch ein Buch, ne? Kann ja schon viel bewirken. Deswegen würde ich sagen, egal was ihr macht, Hauptsache ihr redet einmal fundiert darüber. Okay? Wieso muss ich immer, wenn ich einen Albtraum habe, was essen? Ach, das erklärt, ja, warum du so oft Hunger hast, ne? Hast du so oft Albträume? Ja, weil du so oft so schlimme Sachen machst und deine Seele verarbeitet das nicht und dein Geist und deswegen träumst du davon. Hör auf, immer so böse Sachen zu machen. Auch wenn ich mich wohlfühle, wenn mein Traum mir damit sagen, komm erst mal selber mit dir klar. Also wisst ihr, was sein Traum ihm sagen möchte? Sein Traum, ähm, ich glaube, er hat gar nicht geträumt erstens. Ich glaube, er wollte einfach nur erklären, warum er wieder Hunger hatte. und, ähm, sein Traum geht darum, ob er jetzt mit Emma direkt eine Beziehung anfangen soll. Das war sein Traum. Auch wenn du es mehr fühlen solltest, auch wenn es mit Anna vorbeigeht, dann geht nichts überstürzt, erfüll etwas Neues ein. Aber spricht so ein Mensch über einen anderen Menschen, für den er gar keine Gefühle hat und so, was er ja immer wieder beteuert? Also ich meine, er, er denkt sich jetzt gerade ernsthaft so das Szenario durch, ja, sollte ich jetzt mit Emma direkt eine Beziehung anfangen, wenn es mit Jana Maria vorbei ist? Und im gleichen Moment ist er schockiert und empört über die Handlung von Jana Maria. Er ist immer noch ein Witz. Ne, mir angenommen, wenn ich da mit Emma eine Beziehung habe. Also denkst du da auch immer ein bisschen dran, ne? Guck mal, alle um ihn herum merken, wie albern er ist, nur er selber nicht, ne? So, sag mal, geht's noch? Der hat einfach alles, was Jana Maria irgendwie gegen ihn gesagt hat. Also erst mal hat er sich komplett immer selber als Person in Frage gestellt, obwohl sie zum Beispiel nur gesagt hat, dass er komisch tanzt. Ja, so what? Es wird bestimmt irgendeine Eigenschaft an deinem Partner geben, die du nicht magst. Was aber dann nicht rechtfertigt, dass du dann fragst, aber wieso bist du da mit mir zusammen, wenn ja mein Tanzen peinlich ist? Das ist eine, ein Strang von ganz vielen, die du mitbringst. so. Und ich glaube, er hat sich jedes Mal einfach so künstlich dann aufgeregt. Erstmal, weil er sowieso eine arme Socke ist und zweitens, damit er einfach rechtfertigen kann, dass er sich dann am Ende in Emma verliebt. Was heißt bisschen dran, aber was heißt ich denk dran, also ich meine nein, eigentlich nicht, ja. Ich glaube, am wenigsten gebracht hat Temptation Island Jana und Umut. Ja, die haben sich keinen Schritt nach vorne bewegt und keinen Schritt nach hinten. Genau wie bei Hallein, Du bist ja auch nur vor, nein, da geht man wenigstens ein bisschen zurück, äh, nee, nach vorne. Wichtig ist erstmal so, sich selbst klar zu können. Ja, okay, gut. Dann kannst du eigentlich schon im Kalender die nächsten zehn Jahre blocken, weil ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das ein langer Prozess ist. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserem heutigen Workshop Lebe glücklich. Wow, das hat sich auch richtig die meiste Aufgabe vorgenommen. Heute bringe ich euch bei, wie ihr endlich nach 20 bis 50 Jahren glücklich leben könnt. Seid ihr einverstanden? Habt ihr Lust, das zu lernen? Super. In dem Workshop geht es tatsächlich um Selbstliebe, um glückliches Leben. Wow, also ich sag es dir, sie hat bestimmt vorher keine Temptation Island Folge geguckt, weil sonst hätte sie sich nicht auf so ein Abenteuer eingelassen. Da sind ja wirklich immer sehr, sehr verlorene Seelen unterwegs und mit denen so ein Workshop mal eben zu machen, wie die glücklich werden können und Selbstliebe erlernen können. Ich bitte dich. Ich fühle mich stark, ich weiß genau, was ich will. Dennoch habe ich Angst, nochmal nachzugeben. Ja, es ist bei ihr genau das Gleiche. Es ist einfach immer wieder das Gleiche. Die weiß schon, dass der, der nicht gut ist für sie. Das ist so, als hättest du so einen verschimmelten Joghurt oder so irgendwas, verschimmeltes Obst und du bist so, ich weiß, es ist nicht gut. Ich weiß, ich kriege gleich Durchfall, aber ich esse es trotzdem. Mein Partner ist ein bisschen chaotisch im Gegensatz zu mir. Da merke ich immer zwischendurch, dass ich auch in die Rolle in eine Mutter schlüpfe und das ist einfach so manchmal zu viel, wo ich dann sage, würde ich die Energie in mich reinstecken, würde es mir auch besser gehen. Ja, dann wäre ich noch schöner, wenn ich das alles in mich reinstecken würde. Ich habe auch von euch die Empfehlung bekommen, wie heißt diese Sendung, nicht The Real Life, sondern Be Real zu gucken, weil da wohl zu sehen ist, wie Kader umgeht mit Easy und sie weiß es ja schon. Also ihr habt gesagt, sie ist schon sehr so, lässt sich oft aus und so weiter. Das beschreibt ja hier gerade ihr Satz, dass sie die Hot Mama ist und dass er so der alberne, junge Mann ist, der niemals erwachsen werden will. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, um ehrlich zu sein. Das ist ziemlich lang. Ja, haben wir genug Zeit? Wie viele Minuten habe ich jetzt Redeanteil? Meine Beziehung ist... Eigentlich perfekt. Guck mal, ich zeige dir unser Fotoshooting. Wir sehen richtig gut aus zusammen. Wir sind voll ein schöner Paar äußerlich. Innerlich nicht, weil ich weiß nicht, wer ich bin. Und, sorry, mein größtes Lebensproblem ist, ich würde gerne auf den Playboy. Ich habe hier bei Temptation festgestellt, dass ich mich zwei Jahre komplett verstellt habe und mein Partner aus mir eine Version gemacht hat, die ich eigentlich gar nicht bin. Okay, die Psychologin ist so, aha. Oh, krass. Zwei Jahre lang war die Lost unterwegs. Okay. Da müssen wir mal gucken, was da alles so machen. Also, ich würde aber sagen, um jetzt mal auch für Lorik die Hand zu heben, das hat er nicht aus dir gemacht. Also, ja, die Balance ist relativ schwierig, aber, weil dann könnte es ja auch Victim-Blaming sein, aber du hast natürlich, also, er konnte ja auch nur mit dir machen, was du mit dir machen lassen hast. Das ist meine Meinung. Also, es geht ja nicht darum, dass er böse ist und du nicht, sondern es geht einfach um die Kompatibilität. Du hättest ja natürlich auch einen sicher gebundenen Typen suchen können, der ein Nähebedürfnis hat, ein Aufrichtiges, und dann wäre das natürlich auch ganz anders gelaufen, aber den findest du ja nicht so attraktiv. Du stehst schon auf so Männer wie Lorik. Du wusstest ja von Anfang an, wie er ist und sein kann. Ich meine, eure Begegnung begann damit, dass er dir ins Gesicht gespuckt hat und dass ihr euch dann erst mal ein paar Monate nicht gesehen habt. Hast du? Ich will davon loskommen, aber ich kann nicht gehen. Das ist das Problem. Ich kann nicht. Ich will, aber ich komme nicht los davon. Irgendwas zieht mich immer wieder zu ihm und ich bete am Ende die Sein, die da sitzt und sagt, es tut mir leid, obwohl ich nichts gemacht habe. Das ist so wertvoll, dass sie das jetzt mal auch ausspricht und so. Also, ich meine, wenn die jetzt zusammen sein sollten wieder und die nichts gemacht haben, so, dann macht sie sich auch ein bisschen zum Klauen. Wobei, das kann ihr ja egal sein. Also, ich sage auch immer, wenn zum Beispiel ich jetzt aus irgendwelchen Gründen wieder zusammenkommen sollte mit meinem Ex, weil das würde nur unter einer Bedingung klappen. Also, erst mal, dass er wirklich super reflektiert ankommt und sich super nahbar zeigt und emotional zugänglich und dass er sagt, okay, du hattest total recht mit allem, ja, ich bin ein Vermeider, ich bin ein Narzisst, ich gehe ab jetzt mit dir einmal die Woche zur Therapie und ich gehe alleine zusätzlich darüber hinaus auch nochmal zur Therapie und immer, wenn ich wieder eine Distanzierungsstrategie einwerfe, wie zum Beispiel, dass ich während des Sexes mit dir sage, hm, wie wäre das, wenn wir jetzt noch einen dritten Schwanz hier mit dabei hätten, dass ich ihn dann darauf ansprechen darf und sagen darf, halt, stopp, ne, das ist jetzt nicht okay, das ist Distanzierung, ne, können wir es bitte beide einmal ertappen und umschalten und natürlich, dass ich wieder Gefühle für ihn aufbaue, das müsste ja auch kommen, weil die sind mittlerweile nicht mehr da, so, und dann wäre es mir auch egal, was meine Freunde dazu sagen, weil ich treffe dann diese Entscheidung aus gegebenem Anlass und es ist mein Leben, ja, wenn da Freunde dann neben euch sind, die dann so sagen, ja, nee, jetzt rede ich aber nicht mal mit dir, weil du hast mir jetzt so oft die Ohren ausgeheult oder vollgeheult wegen deines Typen da und jetzt seid ihr wieder zusammen, das müssen Freunde tolerieren, weil es ist eure Entscheidung, ne, sie sind für euch da, wenn ihr sie braucht, so, meine Meinung. Denise ist eine sehr offene, emotionale Frau, und zwar, weil bei ihr der Leidensdruck auch so groß ist, sorry, ich labere heute wieder so ein bisschen viel psychologisch, ist aber hier auch heute das Thema, ich habe mich auch gestern mit einer Freundin gefragt, warum gehen ängstlich Klammernde häufiger zum Psychologen und öffnen sich komplett als Vermeidende, ja, weil bei denen der Leidensdruck größer ist, erstens und zweitens, weil sie ohnehin überangepasst sind, das bedeutet, Denise wurde hier auch ein bisschen geöffnet durch die Mimi, auch weil sie anfangs der Mimi irgendwie wieder imponieren wollte und so weiter, sie brauchte eine Bezugsperson, sie wollte gefallen und so, es ist am Ende des Tages was Gutes dabei rausgekommen, aber diese Kombi macht es halt einfach so häufig vorkommt, dass ängstlich Klammernde sich Hilfe holen, weil einfach der Leidensdruck riesig ist, die verstellen sich ja komplett, wohingegen ein Vermeider ja gut darin ist zu vermeiden, der leidet ja auch nicht so darunter, mein Ex hat zum Beispiel nicht so unter der Trennung gelitten wie ich, der war ja nie so attached, der war ja nie so nah dran an mir, wie ich an ihm, ne, deswegen machen die das ja, damit die schön möglichst wenig verletzbar bleiben. Ich habe geschrieben, dass ich stur bin, impulsiv, ich höre oft von, dass ich nervig bin, dass ich zickig bin, dass ich eifersüchtig bin, ganz häufig, ganz viel und immer, dass ich naiv bin. Aber Maus, wer sagt denn sowas die ganze Zeit über dich? Von wo hörst du das? Außer von mir hier. Wer ist dieser Mensch, der so viele Sachen über dich sagt? Mein Freund? Noch. Und das ist ein guter Punkt, ne, weil, egal wer in eurem Umfeld ist, ne, der euch das, das Gefühl gibt oder euch sagt, dass ihr so seid, wie sie jetzt sein soll, ne, überlegt euch einfach nur eine, eine logische Frage, ne, weil ich war auch alles, ich war zu sensibel, zu dies, zu das, zu blablabla, aber gehen wir jetzt mal hier bei Denise, ne, und bei euch mal davon aus. Warum ist denn dann diese Person eigentlich interessiert daran, bei euch zu sein? Ja, es gibt nur eine logische Erklärung. Die Person ist eigentlich total geblendet und eingeschüchtert von dem, wie ihr seid und sie versucht euch einfach nur abzuwerten, um es neben euch auszuhalten. Punkt, basta, aus, nicht mehr und nicht weniger. Betrachte nur dein Gesicht. Und Kala ist so, was mache ich jetzt als nächstes von dieser Gage? Eigentlich sitzt alles noch ganz gut. Versuche gezielt nur in deine Augen schauen und nach zwei, drei Minuten wirst du merken, was deine Seele dir sagen möchte. Guck mal, ganz ehrlich, die kann sich noch nicht mal in den Spiegel gucken. Ich habe diese Übung auch probiert, ungefähr vor zwei, drei Monaten. Leute, ich habe mich geschämt so ein bisschen vor meinen Augen, weil du kannst dir so viel vormachen, ne, aber wenn du dir dann in den Spiegel guckst und dir in deine tiefen, wunderschönen Augen guckst, ja, in deine tiefen Augen, in deine Augen, die zur Seele führen, dann hört es auf, weil da kannst du ja nichts mehr vormachen, ne? Ich habe mich da im Spiel gesehen und dachte nur die drei Sekunden, was für ein Opfer bist du eigentlich? Ja, es ist natürlich auch wieder sehr gemein zu sich, aber ich kenne dieses Gefühl, ja, weil dann ist mal toxische, toxische Positivität einmal kurz ausgeblendet und diese ganzen Filme, die man sich sonst immer noch so macht und dann sieht man einfach mal wirklich, in was für einer verdammten Kacksituation man steht und wie scheißegal man dem wichtigsten Menschen eigentlich in seinem Leben ist. Die ganze Situation mit Umut, dass er so mit mir spielt, bringt mich so in die Opferrolle und das möchte ich nicht. Dann kletter da raus, kletter da raus, pack deine High Heels ein, ne, und geh da raus. Du, nur du kannst das, kein anderer kann das. Tag 7, Tag 8, bei Emmut hat's Boom gemacht. Oh, da hat aber jemand ganz fleißig dem Tänchen einen VIP geguckt, ja, das ist das Gedicht, was wir auch von Alex und von Vanessa kennen und ja, Emma behauptet mit diesem Gedicht, dass Emma und Umut, Emmut, sich ineinander verliebt hätten. Das stimmt nicht. Hey, Boom gemacht hat's hier nichts. Naja, aber du überlegst ja schon, sogar in deinen Träumen, wie du sagst, ob du direkt danach mit Emma zusammenkommen solltest. Auf welcher Basis beruht das denn? Dass wir in dem Gedicht gesagt haben, alle wissen genau Bescheid, das entspricht einfach der Realität, dementsprechend, was soll man sagen? Sie freut sich halt einfach voll, ne, es ist einfach so, ich werde einfach sein Next Girlfriend, er ist Hot Boyfriend Material, es ist einfach super, wie er mit Partnerinnen an seiner Seite umgeht, ich will auch ein Stück davon, von dieser geilen, schlechten Behandlung. Für dich wird alles auf einmal gut werden, für Isi sowieso, für Yannick sowieso, aber Umut und Und ist das eine schöne Art? Also ist das jetzt wirklich eine schöne Art, findest du? So, du kennst ja Anna Maria nicht, ne, aber dass du dann so sagst, so, und dann dabei tanzt und das quasi so feierst, dass eine Beziehung kaputt gegangen ist, das findest du schön, ne? Also Karma ist bei ihr sowieso die Füllung eines Dixi-Klos. Durchfall, Pisse, Kacke, alles, das ist ihr Karma. bin ich richtig gespannt, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall hat sie sich die Jawline und so machen lassen, hab ich auch gesehen, bei Dog Boom. Girl, ich würde innerlich einmal ein bisschen aufräumen, bevor ich da draußen so viel verändere. Es wird auseinander gehen, das wissen wir alle. Und du weißt ganz genau, wer deine nächste Freundin ist, also. Boah, ekelhaft. Uah, ich find's richtig eklig. Achso, und ich wurde gefragt, ja, ich wurde gefragt in einem Kommentar, ob ich quasi so abgeneigt bin von Emma, weil sie Teile von mir in sich trägt. Also, ne, so Projektion mäßig, ob Teile von mir, so Anteile von mir, so sind wie Emma und ich sie deswegen hassen würde. Wie so ein Silikonimplantat, was mein Körper quasi abstößt. Und ich hab echt darüber kurz nachgedacht. Ich hab dem Kommentar eine Chance gegeben und ich muss sagen, nein. Also, angenommen, ich würde mich in einen vergebenen Mann verlieben. Ja? So. Dann hätte ich so eine Empathie mit dem anderen, der verlassen wird. Weil für mich wäre es das Allerschlimmste, dass mein Partner, den ich liebe, sich in eine andere Person verliebt, während er zwei Wochen bei Temptation Island ist. Okay? Das bedeutet, ich würde niemals so agieren wie eine Vanessa oder eine Emma. Kann ich so sagen. Wirklich. Es gäbe wahrscheinlich Momente, in denen ich schwach werden würde und wo ich Nähe zulassen würde, weil irgendwie muss ich mich an diese Person verlieben. Aber so widerlich, dann über die noch Partnerin oder den noch Partner zu sprechen, würde mir niemals einfallen. Wirklich nicht. Und ich finde es einfach menschlich unterirdisch. Sie würde die Mimi da so vermissen. Eigentlich. Ach, Pupsmaus. Oh, Mausi. Ach, Mensch. Ja. Und was ist das? Ist das... Was ist das für eine Umarmung? Das sieht doch so aus, als wenn sie die Frau wäre und er der Mann und er ist nach Hause... Sie ist ja auch die Frau und er ist der Mann. Naja, aber wisst ihr, so Mann und Frau und er kommt nach Hause von der Arbeit und seine Frau umarmt ihn erst mal liebevoll. Auch so dieses Anfassen hier überall und so. Ihr seid im falschen Film. Unsere Verhältnisse ist einfach locker. Wir lachen miteinander. Es ist witzig mit uns. Sie versteht mich genauso wie ich auch sehe und so. Also ist schon das gar nicht witzig? Naja, witzig im Sinne von albern. Außerdem müsstet ihr euch auch mal über eine... Naja, die sprechen schon die gleiche Sprache. Also im Grunde genommen erzählen sie ja beide getrennt voneinander, dass sie mit dem Gedanken spielen, danach ein Paar zu werden. Ich wollte nämlich gerade sagen, ja, erstmal müssen sie sich absprechen darüber, wie sie diese Verbindung betrachten, aber sie sehen sie komplett identisch. Erinnert euch an das Gespräch zwischen Umut und Janik? Da meint er also, ja, selbst wenn ich mich jetzt von Jana Maria trenne, sollte ich nicht sofort mit Emma zusammenkommen. Ich glaube auch, das sind so Gespräche, die ihr braucht, um es einmal auszusprechen, um es sich irgendwie selber zu glauben. Also eigentlich habt ihr beide Bock auf eine Beziehung. Aber nein, ihr seid ja gar nicht verliebt aneinander. Es ist brüderlich und schwesterlich. Hat trotzdem noch lange nicht zu heißen, dass ich hier gleich Vollgas geben kann oder mehr machen kann. Mehr machen kann. Ja, das bedeutet, er würde gerne, aber eher so, das bedeutet ja nicht, dass ich hier direkt Vollgas geben kann, auch wenn ich wollte. Also jetzt zum Ende macht er sich tatsächlich ein klitzekleines bisschen Gedanken um seine Reputation, die ja niemals eine gute war, wie ich meine, aber gut. Aber wenn du nicht mit ihm am Lagerfeuer ins Gericht gehst, dann war das alles hier umsonst. Ich gebe es ihm erst mal ein Zeichen setzen. Ich bin mein Freund bis hierhin und nicht weiter. Ja, das reicht aber nicht, wenn sie das nur beim Lagerfeuer macht, sondern sie müsste das dann auch dauerhaft umsetzen. Und ganz ehrlich, das traue ich mir selber gar nicht zu. Also deswegen habe ich auch nie wieder mit meinem Ex gesprochen. Und das wird die auch nicht, also das ist nicht so einfach. Vor allem man sieht einen kleinen Ausschnitt vom nächsten Lagerfeuer. da sagt er direkt so, was haben die mit dir gemacht? So, und lass mal eine Person so mit dir reden. So, hä? Spinnst du? Ist das normal, meinst du, was du hier gerade machst? So, mich so zu verraten und so weiter. Da geht es dann ja direkt weiter mit dem Gaslighting und so weiter. Und dann, ja, aber da ist ja nichts, was Lorik machen könnte, um diese Beziehung zu retten. So viel sei gesagt. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich möchte euch nochmal erinnern an die Dogcare-Klinik. Das war jetzt ja ein feuchter, ein tränenreicher Anfang. Man kann nicht überall auf der Welt helfen, aber vielleicht seht ihr es ja aus, so wie ich. Es ist nicht ohne Grund passiert, dass ich dort war und dass ich dann am Ende wirklich den Kontakt zu dieser Klinik hergestellt habe. Und ihr würdet mich und viele Hunde sehr, sehr glücklich machen. Und ich glaube euch auch selbst, wenn ihr da den einen oder anderen Euro per Paypal, geht auch ganz einfach, rüberschicken würdet. Ich danke euch von ganzem Herzen und wünsche euch einen wunderschönen Abend oder Morgen oder Tag, je nachdem, was gerade bei euch ist. Auch eine wunderschöne vorweihnachtliche Zeit. Happy Nikolaus. Ich habe vorhin bei DM gesehen, wie ein kleiner Junge so einen getragenen Turnschuh an der Kasse hatte und ihn vollgesteckt hat mit Schoki. Das war richtig süß. In solchen Situationen denke ich dann immer, ey, ich würde eigentlich echt gerne Vater werden. Aber dann, wenn die Pflegesituation mit den Hunden sehr intensiv ist, was ja gerade auch ist, denke ich mir so, nee, ich möchte nie wieder in meinem Leben Sorge tragen um mein Lebewesen. Ja, es ist immer so ein Hin und Her. Kleines Update zu Charlie. Wir waren heute beim Augenarzt. Wir mussten nüchtern erscheinen, morgens um acht. Und es ging halt darum, wir haben am Montag erfahren, dass seine Augenverletzung schlimmer ist. und sie gab mir noch mal ganz neue, teure Tropfen und hat gesagt, bis übermorgen. Und wenn es sich auch noch minimal verschlechtert hat, operieren wir direkt heute am Mittwoch. Und ja, es hat sich nicht verschlechtert. Es sind sogar noch Äderchen, haben sich entwickelt, die jetzt bis zur Wunde, also bis zum, bis zum kaputten Teil reichen. Und jetzt haben wir noch mal zwei Tage bekommen. Also drückt uns hier die Daumen, dass wir sein Auge noch retten können, weil sonst kriegt er eine Augen-OP und kann halt dabei auch sein Augenlicht verlieren. Jetzt habe ich auch bemerkt, Charlie hat eine schwache Blase bekommen. Also Doni kackt, unkontrolliert und Charlie ist jetzt am pinkeln. Also meine kleinen Senioren. Und guck mal, ich habe Doni so Socken gekauft, guckt euch das mal an, weil der rutscht immer auf dem Holzfußboden weg. Und wegen der Inkontinenzen ist der jetzt auch kein Teppich mehr. Final möglich, also musste ich einen Weg finden, damit die nicht mal rutschen. Und jetzt haben die sowas. Also momentan bin ich bedient, aber klar ist der Gedanke schön, Kinder zu bekommen. Ey, wie komme ich dazu jetzt? Von diesen verstörenden Beziehungen zu Kinderkriegen. Oh mein Gott. Okay, tschüss. Beziehungen zu Kinderkriegen. Okay. Also,